Auch in der Klausur müssen Sie mit Aufgaben rechnen, die alle Aspekte von Exceptions thematisieren, sowie hier in dieser Teilaufgabe die Definition einer eigenen Exception-Klasse, das Werfen von Exceptions, das Fangen und das Weiterreichen von Exceptions. Worum geht es bei Exceptions? Es geht um die Behandlung von Laufzeitfehlern. Was sind Laufzeitfehler? Das sind die Fehler, die eben erst zur Laufzeit entdeckt werden und die dafür sorgen, dass das Programm vom Laufzeitsystem abgebrochen werden. Sie bekommen dann eine Diagnostik mit dem Call-Stack. Das haben Sie sicherlich schon ein paar Mal gesehen. Anhand dessen können Sie sehen, wo in welcher Stelle im Programm der Abbruch war und welche Methoden alle in dem Moment offen waren. So, wir haben schon Laufzeitfehler gesehen. Hier nur nochmals Erinnerung, was es so alles in Laufzeitfehlern gibt. Nur ein paar Beispiele. Jetzt gibt es zwei Arten von Laufzeitfehlern im Prinzip. Das ist von Sprache zu Sprache durchaus ein bisschen unterschiedlich. Also, zum Beispiel gibt es Sprachen, in denen das durchaus eine Methode aufrufbar ist, die im statischen Typ noch nicht definiert ist. Smalltalk etwa, denke ich da, wo das eigentlich sinnlos ist, davon zu sprechen. Und auch andere Sachen sind von Sprache zu Sprache ein bisschen unterschiedlich. Hier sind ein paar Beispiele dafür von Laufzeitfehlern, um die wir uns in diesem Kapitel nicht kümmern müssen, wo wir nicht das Thema Exceptions behandeln müssen, weil sie in Java schon durch den Compiler von vornherein unmöglich gemacht werden. Wenn der Compiler hier keine Fehlermeldung geben würde, dann könnte ein Laufzeitfehler entstehen. Aber man hat sich bei der Definition der Sprache Java dafür entschieden, solche Laufzeitfehler von Anfang an auszuschließen, indem man durch den Compiler abprüft, ob die Situation überhaupt entstehen könnte. Und man hat es restriktiv dann von vornherein Verbote in die Sprache eingefügt, die dafür sorgen, dass diese Fehler gar nicht erst entstehen können. Wir reden also von den Fehlern der anderen Art, Laufzeitfehler der anderen Art, die eben wirklich erst zur Laufzeit auftreten können, die nicht durch irgendwelche Einschränkungen der Sprache von vornherein verhindert werden. So, jetzt gehen wir erstmal ganz einfach an Exception-Klassen hinein und sagen, eine Exception-Klasse ist schlicht und einfach das, was Sie hier auf dieser Folie sehen. Einerseits die Klasse Exception selbst, vordefiniert in diesem Standard-Package und andererseits alle Klassen, die entweder schon in der Standard-Bibliothek oder in anderen Bibliotheken oder von uns selbst von dieser Klasse direkt oder indirekt abgeleitet sind. So, wie kann man sich jetzt den Umgang mit Exceptions vorstellen? Wir nehmen jetzt einfach die Klasse Exception selber her. Wir werden auch später Beispiele sehen, wo wir andere Exception-Klassen verwenden, sowohl solche, die schon in der Standard-Bibliothek vordefiniert sind, als auch solche, die wir selber schreiben. Hier erstmal Klasse Exception selbst. Hier sehen Sie erstmal das Werfen einer Exception, sehr englisch, to throw, werfen. Und Sie sehen oben im Kopf der Methode der Punkt, den wir in einem früheren Video schon mal kurz der Vollständigkeit halber erwähnt haben, aber nicht weiter vertieft haben. Nämlich, es gibt im Kopf einer Methode noch einen weiteren optionalen Bestandteil, eine solche Throws-Klausel, die eben nach außen hin deklariert, informiert, dass diese Methode eine Exception wirft. Und zwar nicht irgendeine Exception, sondern eine von Klasse Exception. Wir werden gleich sehen, bei anderen Exception-Klassen, die geworfen werden, würde hier nicht Exception stehen, sondern entsprechend die andere Exception-Klasse. Und Sie sehen jetzt da unten der entscheidende Punkt, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie eigentlich gedacht. Insbesondere, wenn ein Parameter nicht die Eigenschaft hat, der aktuelle Wert eines Parameters nicht die Eigenschaft hat, die eigentlich haben sollte, dann wird eine Exception geworfen. Das sehen Sie hier in diesem Beispiel, to uppercase, der Name der Methode sagt deutlich, worum es geht. Es wird erwartet, ein Kleinbuchstabe in dem Parameter c, als aktueller Wert dieses Parameters c, und der soll dann in einen Großbuchstaben konvertiert werden. Also der zugehörige Großbuchstabe soll zurückgeliefert werden, das sehen Sie ganz unten. Und wenn es kein Kleinbuchstabe ist, dann soll stattdessen nicht zurückgeliefert werden, sondern was passiert jetzt an dieser Stelle, falls es kein Kleinbuchstabe ist? Also falls die Ausführung der Methode in diese Throw-Anweisung geht. Was dann passiert ist, Sie sehen auf der rechten Seite erst einmal NewException, ganz normal. Ein Objekt der Klasse Exception wird eingerichtet. Es gibt einen Konstruktor mit einem String-Parameter, der wird hier aufgerufen. Und was neu ist, ist das Throw. Was hier passiert ist, ähnlich wie bei Return, aber doch anders, dass jetzt die Methode mit diesem Throw beendet wird. Die Ausführung der Methode ist mit diesem Throw beendet. Egal was danach noch kommt, so wie Return, beendet Throw die Ausführung der Methode. Nur dass eben nichts regulär zurückgeliefert wird mit Return, sondern mit Throw wird eine Exception geworfen, die dann eben in der aufrufenden Methode gefangen werden muss. Und das sehen wir hier an einem kleinen Beispiel. Sie sehen, dass x, der Parameter, den wir in die Methode toUpperCase hineingeben, ist kein Kleinbuchstabe. Das heißt also, wir wissen schon von der letzten Folie, die Throw-Anweisung wird ausgeführt. Und wir wissen, wir haben eben gehört, was das bedeutet. Nämlich, dass in dem Moment dann die Methode toUpperCase auch beendet wird, ohne etwas zurückzuliefern. So, Sie sehen, dass das Ganze eine feste Struktur hat, ein sogenannter Try-Catch-Block. Wenn hier eine Exception geworfen wird, das heißt also, wenn toUpperCase eine Throws-Klausel hat, dann muss unbedingt dieser Aufruf der Methode toUpperCase in einen Try-Block. Ja, wenn mir das nicht passiert, wenn wir das nicht machen, wenn wir das vergessen, hier einen Try-Block drumherum zu schreiben, dann wird das nicht durch den Compiler durchgeben, dann wird der Compiler eine Fehlermeldung geben, dass die Exception zwar potenziell geworfen wird von toUpperCase, aber hier nicht gefangen wird. So, was passiert jetzt in den beiden verschiedenen Fällen? Fall 1, x wäre doch vielleicht ein Kleinbuchstabe gewesen, dann passiert gar nichts, dann wird ganz normal Return, dann passiert das, was wir immer schon gesehen haben, toUpperCase wird ganz normal mit Return beendet, der Rückgabewert wird in y gespeichert und hier wird ganz normal dann hier die Ausgabe auf dem Bildschirm geschrieben. Und dieser zweite Block, der Catch-Block, wird dann übersprungen. So, das ist der eine Fall. Der zweite Fall ist der, der hier tatsächlich, da ja x kein Kleinbuchstabe ist, dann eintreten wird. Hier wird eine Exception geworfen und das bedeutet, dass der gesamte Try-Block, der danach noch übrig bleibt, nicht mehr ausgeführt wird. Das heißt also, es ist nicht nur so, dass die Ausführung der Methode beendet ist, sondern es passiert hier auch nichts mehr weiter im Try-Block. Diese Zuweisung passiert nicht mehr und das hier unten, die Ausgabe auf dem Bildschirm passiert auch nicht mehr, sondern stattdessen wird sofort in den Catch-Block gesprungen. Im Catch-Block wird dann die Fehlerbehandlung ausgeführt. Die haben wir uns hier sehr einfach nur vorgestellt, dass einfach das, was wir im Konstruktor mit dem String-Parameter übergeben haben, die Botschaft, die Message, dieser String kann mit Get-Message von der Exception abgefragt werden und die geben wir einfach auf den Bildschirm aus. Mehr an Fehlerbehandlung machen wir jetzt hier nicht. Normalerweise würde man natürlich ganz andere Fehlerbehandlungen machen. Stellen Sie sich vor, der Fall, dass die Ariane-Rakete seinerzeit beim Start explodiert ist, weil arithmetischer Überlauf nicht abgefangen worden ist. In so einem solchen Fall würde man natürlich nicht einfach nur die Fehlermeldung auf der Konsole ausgeben, sondern man würde irgendwie an dieser Stelle versuchen, einen Aufsetzpunkt wieder für die Ausführung des Programms zu finden, von dem aus dann das Programm weiterlaufen kann und damit der Start der Rakete gesichert ist, damit die Rakete eben nicht beim Start explodiert. So, wir sehen hier noch, dass man hier im Catch-Block in runden Klammern dann die Exception, die man behandeln will, ja, wir wollen ja hier unten die Botschaft der Exception lesen, dass man der einen Namen geben kann und es ist nicht untypisch, den Namen EXC für Exception zu geben. Warum macht man das Ganze? Man macht das Ganze deshalb, weil Fehler auftreten können, die nicht unbedingt an der Stelle sinnvoll behandelt werden können, wo sie aufgetreten sind, sondern irgendwo oberhalb in einer anderen Methode auf dem Call-Stack. Ja, die Methode toUpperCase kann nicht sinnvoll den Fehlerfall behandeln, dass der Parameter ein Kleinbuchstabe ist, das folgt allein schon daraus, dass die Methode toUpperCase ist ja sehr allgemeiner Natur, die kann in allen möglichen verschiedenen Kontexten verwendet werden und die Fehlerbehandlung ist wahrscheinlich in den verschiedenen Kontexten völlig eine andere. Ja, in toUpperCase können wir nicht festlegen, sinnvoll festlegen, wie die Fehlerbehandlung in diesem Fall sein soll, sondern toUpperCase muss einfach sagen, was es mit der Throws-Anweisung macht, Entschuldigung, mit der Throw-Anweisung macht, muss einfach sagen, okay, ich weiß nicht mehr weiter, es macht keinen Sinn, dass ich mich weiter hier ausführe bis zum Ende, bis zum Return, sondern ich werfe die Exception und gebe damit das Problem an die nächsthöhere Methode auf dem Call-Stack weiter. Gut, jetzt vielleicht noch eine kleine Feinheit an dieser Stelle. Die Klasse Exception hat auch diese Methode, mit der Sie abrufen können, wo genau die Exception geworfen worden ist, also wie das Call-Stack ausgesehen hat, in dem Moment, als die Exception geworfen worden ist. Ich hatte schon gesagt, es muss nicht immer Klasse Exception sein. Hier sehen Sie jetzt eine kleine Variation des Beispiels von eben, nur ein bisschen anders formatiert, weil der Name dieser Exception ein bisschen länglich ist und deshalb passt das nicht so schön in eine Zeile wie eben, der ganze Kopf der Methode. Sie sehen erst mal schon Index of the Bound Exception. Es ist sehr typisch, Exceptions sehr sprechenden Namen zu geben, sehr deutlich zu kodieren im Namen der Exception, was das Fehlerproblem ist, welche Fehlerart das ist und dann noch als Konvention das Wort Exception hintendran zu hängen, um eben klarzumachen, dass es eine Exception-Klasse ist. Diese Klasse ist in der Java-Standard-Bibliothek schon definiert. Die können wir einfach so nehmen, genauso wie die Klasse Exception. Hat ebenfalls einen Konstruktor mit String-Parameter, mit derselben Bedeutung, dass eben die Botschaft, die Message, die ja schon in Klasse Exception eingerichtet worden ist, dass auch hier bei dieser abgeleiteten Klasse diese Botschaft mit dem Konstruktor gesetzt werden soll. Ansonsten ist es dasselbe wie eben beim ersten Beispiel. So, und das Fangen der Exception sieht dann entsprechend genauso aus, nur dass es jetzt die Index-Out-of-Bound-Exception ist und nicht Klasse Exception selber. Auch in Java-Doc ist dafür eine Klausel vorgesehen, Throws-Klausel, mit der Sie gut angeben können, gut formatiert angeben können, was jetzt eigentlich der Fehlerfall ist, was welche Exception geworfen wird und was der Fehlerfall ist, in dem diese Exception geworfen wird. Sicherlich ein sehr, für Nutzer dieser Methode, eine sehr hilfreiche Information, genauso hilfreich wie welche Parameter und was der Return-Wert sind. Gut, wenn wir eine Methode überschreiben, das hatten wir auch ganz kurz in einem früheren Video erwähnt, hier können wir das jetzt einordnen, Wenn wir eine Methode überschreiben, dann können wir, dann ist es vielleicht sogar der Normalfall vermutlich, dass in der abgeleiteten, in der überschreibenden Methode, in der abgeleiteten Klasse, dieselben Exceptions geworfen werden, dieselben Exception-Klassen geworfen werden wie in der Basisklasse, aber man kann davon auch in gewissen Grenzen abweichen, nämlich, dass in einer abgeleiteten Klasse die Methode dann auch eine abgeleitete Exception-Klasse werfen kann. Das passt alles zusammen, wenn die Exception, wenn M aufgerufen wird, in einem Kontext, in dem M sowohl von X als auch von Y sein könnte, also, dass sowohl Exception als auch Index-Out-of-Bone-Exceptions geworfen werden könnte, dann muss in diesem Kontext der statische Typ ja Exception sein, nicht Index-Out-of-Bone-Exception und wenn der statische Typ Exception ist, dann darf natürlich das geworfene Objekt vom Typ Index-Out-of-Bone-Exception sein, weil ja abgeleitet Subtyp von Exception, das passt natürlich alles zusammen. Aber es passt nur dann zusammen, wenn, so wie hier, in der abgeleiteten Klasse die überschreibende Methode eine Exception wirft, die von der Exception-Klasse abgeleitet ist in der überschriebenen Methode. So, aber, vielleicht noch der Punkt dabei, jetzt wissen wir nicht, ob M, also wir wissen, dass M vom statischen Typ Y ist, Entschuldigung, vom dynamischen Typ Y, aber, das muss ja nicht unbedingt immer vorher bekannt sein. Ja, wir haben ja schon Beispiele gesehen, dass der dynamische Typ einer Referenz tatsächlich gar nicht zur Kompilierzeit feststehen muss, dass es zum Beispiel von Benutzereingaben abhängig sein kann oder von der Mondphase oder wovon auch immer. Das heißt, allgemein ist hier nicht bekannt, ob die Methode M, die aufgerufen wird, ob das die Implementation von Groß X oder die von Groß Y ist. Aber hier muss, wie überall auch, muss es sich nach dem statischen Typ auch richten. Der statische Typ von A ist Klasse X und da war Exception deklariert als potenziell geworfene Exception-Klasse. Also müssen wir hier auch Exception schreiben und dann passt es, wie eben gesagt, zusammen. Wenn tatsächlich eine Index-Out-Of-Bound-Exception geworfen wird, kann das Objekt natürlich hinter einer Referenz der Klasse Exception sein. So, vielleicht ein ganz kleines Beispiel nur dafür, immer mal wieder versuche ich das ja darzustellen, dass die verschiedenen Konzepte der Programmiersprache nicht irgendwie in verschiedenen Schubladen nebeneinander sind, sondern dass man diese Konzepte miteinander verbinden kann. Zum Beispiel wie hier ein Lambda-Ausdruck, in dem kann man selbstverständlich auch, wie in jeder anderen Methode, auch Exceptions werfen. Und Sie sehen, dann muss der Kopf der Methode, die Definition der Methode in dem funktionalen Interface muss dann übereinstimmen damit. Die muss sagen, dass ein Exception potenziell geworfen werden können. Dann können wir auch hier in einem dazu passenden Lambda-Ausdruck diese Exception werfen. So, jetzt bauen wir unsere erste eigene Exception-Klasse. Und Sie sehen auch hier ganz typisch, dass solche Exception-Klassen, vielleicht im Einzelfall stimmt das nicht, aber im Großen und Ganzen trifft es zu, dass solche Exception-Klassen relativ klein sind, wenig Funktionalität haben, oft genug nur so wie hier, einfach aus dem Konstruktor bestehen, weil die entscheidende Information steckt im Namen der Exception-Klasse, nämlich was für ein Fehlerfall überhaupt auftritt und dann eben der Botschaft, in der Message, die eben mit dem Konstruktor gesetzt wird. Wir setzen hier, wir nehmen uns hier die Freiheit nicht als Parameter abzufragen, wie die Botschaft eigentlich lauten sollte, sondern die festzusetzen, nämlich einfach mit dem, mit der Botschaft eben, das jetzt die Hexenstunde ist. Das ist in gewisser Weise das Äquivalent zur Geisterstunde im Deutschen. Und das ist auch schon die gesamte Definition dieser Exception-Klasse. Und damit haben wir genauso eine Exception-Klasse gebaut, wie hier zum Beispiel Index Out-of-Bounds Exception eben. Und können dann genauso damit umgehen, diese Exception-Klasse werfen. Hier mal ein etwas anderes Beispiel, nicht mehr mit kleinen Großbuchstaben umwandeln oder ähnliches. Die genauen Details dieses Beispiels können Sie nachlesen im systematischen Durchgang durch die Foliensätze, durch die Kapitel. Hier interessiert uns nur das, was gelb unterlegt ist. Und Sie sehen wieder die völlige Analogie im Kopf der Methode muss deklariert sein, dass diese Exception-Klasse geworfen werden kann. Und dann darf diese Exception-Klasse geworfen werden. Wir hatten dieser Klasse einen Konstruktor mit Lehrerparameterliste gegeben. Der wird hier aufgerufen. Und Sie sehen einen kleinen Unterschied zur Geisterstunde im Deutschen. Die Hexenstunde ist eben nicht die Stunde nach Mitternacht, sondern eine etwas spätere Stunde im Angelsächsischen. Und genau so sehen Sie dann völlig analog, wie man diese von uns selbst gebaute Exception-Klasse dann fängt. Nämlich völlig dasselbe. Gibt es eigentlich gar nichts drüber zu sagen. Sie sehen jetzt hier ein Beispiel, dass man auch mehr als eine Exception-Klasse deklarieren kann in der Throws-Klausel. Zum Beispiel habe ich mir hier die Freiheit genommen, eine Exception-Klasse zu deklarieren, die schon vordefiniert ist und eine andere Exception-Klasse, die wir selber definiert haben. Immer durch Komma separiert, in beliebiger Reihenfolge und kann natürlich auch beliebig viele sein. Und Sie sehen, an verschiedenen Stellen hier werden jetzt verschiedene Exception-Klassen geworfen. Und Sie sehen dann hier, dass wir entsprechend zwei verschiedene, wir haben zwei verschiedene Exception-Klassen, die potenziell von der Methode geworfen werden können. Das bedeutet zwei potenziell völlig verschiedene Fehlerarten, völlig verschiedene Arten von Laufzeitfehlern, sodass es sehr sinnvoll ist, zwei völlig, in der Regel sehr sinnvoll ist, zwei völlig verschiedene Fehlerbehandlungen dafür einzurichten. Und deshalb ist in Java schon die Möglichkeit vorgesehen, dass man entsprechend für diese beiden verschiedenen Fehlerbehandlungen dann auch zwei verschiedene Catch-Blöcke gleich nacheinander schreiben kann. Können natürlich auch wieder beliebig viele sein, wenn beliebig viele Exception-Klassen geworfen werden. Hier sehen Sie noch die Möglichkeit, es werden zwei verschiedene Exception-Klassen geworfen, aber es ist durchaus möglich, in der Throws-Klausel oben auch stattdessen Supertypen diese Exception-Klassen anstelle der Exception-Klassen selber zu wählen. Und wenn wir jetzt einen gemeinsamen Supertyp haben und den haben wir in Klasse Exception, dann reicht es auch, diesen einen Supertyp beider Exception-Klassen hinzuschreiben. Das passt ja zusammen. Oben deklariert Exception, dahinter darf sich natürlich jeder Subtyp von Exception verbergen. Und jetzt sehen Sie hier die Möglichkeit, da ein bisschen zu differenzieren. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt diese Methode PrintHour, wir haben gesehen, die wirft diese beiden Exception-Klassen, WitchingHourException, RuntimeException, zu RuntimeException komme ich, sage ich gleich was, also IndexOutOfBoundException. Und es könnte ja natürlich sein, wenn in der Throws-Klausel nur Exception steht, könnte es natürlich sein, dass noch alle möglichen anderen Exception-Klassen geworfen werden. Und hier sehen Sie eine Möglichkeit, wie man mit solchen Situationen sinnvoll umgehen kann. Wenn eine WitchingHourException geworfen wird, dann wird eben die eine Fehlerbehandlung getan. RuntimeException, hatte ich bisher noch nicht erwähnt, ist in der Vererbungshierarchie zwischen Exception und IndexOutOfBoundException. Das heißt also, wenn IndexOutOfBoundException geworfen wird oder eine andere Exception-Klasse, die von RuntimeException abgeleitet ist oder RuntimeException selbst, dann wird dieser Catch-Block ausgeführt. Und schließlich, wenn eine Exception geworfen wird, zur Erinnerung, es wird ja deklariert von PrintHour, dass eine beliebige Exception geworfen werden kann. Wenn eine andere Exception-Klasse geworfen wird, die nicht unter eine der beiden hier passt, die nicht eine der beiden Exception-Klassen ist oder Subtyp davon, dann wird das dann auch immer in dieser Fehlerbehandlung dann abgefangen. Wichtig ist die Reihenfolge. Wenn eine Exception von PrintHour geworfen wird im TrialBlock, dann wird zuerst der erste Catch-Block geprüft, ob der Typ der Exception-Klasse hier auf WitchingHourException passt, also entweder gleich oder Subtyp ist, dann beim zweiten und dann beim dritten. Und der dritte muss dann natürlich alles abfangen, was potenziell von PrintHour geworfen werden kann und nicht in den ersten beiden Catch-Blocken gefangen wird. Und zwar, was formal geworfen werden kann, was durch die Throws-Klausel gesagt wird, was geworfen werden kann. Nicht unbedingt nur das, was tatsächlich geworfen werden kann, wenn man in den Code hineinschaut. So, hier sehen Sie das Ganze noch mal mit ein bisschen Erweiterung. Also, RuntimeException hatte ich gesagt zwischen Exception und IndexOutOfBoundsException in der Vererbungshierarchie. Das heißt also, wenn beispielsweise eine IndexOutOfBoundsException geworfen wird, dann wird diese Catch-Block ausgeführt, wenn es eine andere Art von RuntimeException ist, also entweder Klasse RuntimeException selbst oder davon abgeleitet, aber nicht IndexOutOfBoundsException, dann wird dieser Catch-Block ausgeführt und ansonsten, wenn auch keine WidgingHourException ist, wird dann eben der letzte Catch-Block ausgeführt. So kann man die Fehlerbehandlung von zwei Exception-Klassen zu einem Catch-Block zusammenfassen, indem man alle Exception-Klassen, die durch diesen Catch-Block behandelt werden sollen, eben so durch senkrechte Striche voneinander trennt, dann aufzählt und der Name, die Referenz EXC nur einmal, also egal von welcher Exception-Klasse das genau ist, man spricht diese Exception dann einfach durch den gemeinsamen Namen EXC an. Gut, hier haben wir jetzt noch eine Sondersituation. Da muss ich noch mal zurückgehen zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Eine Exception wird geworfen, wenn die Methode auf einen Fehler gestoßen ist, bei dem sie nicht mehr weiter weiß, bei dem es keinen Sinn macht, diese Methode noch weiter auszuführen, weil einfach grundsätzliche Voraussetzungen nicht gegeben sind, wie etwa in dem Beispiel, dass eigentlich Kleinbuchstaben verarbeitet werden sollen, zu Großbuchstaben umgewandelt werden sollen, aber die Eingabe ist gar kein Kleinbuchstabe. So, da hatte ich gesagt, okay, im Callstack weiter oben soll dieser Fehler behandelt werden. Irgendwo weiter oben ist die Möglichkeit da, ist sozusagen das Kontextwissen da, dass es erlaubt, diesen Fehler sinnvoll zu behandeln. Was wir bisher nur gesehen haben, ist die Möglichkeit, das Fangen in der Methode unmittelbar darüber auf dem Callstack, aber das muss ja nicht unbedingt immer die Methode sein, die wirklich sinnvoll diese Exception behandeln kann. Und deshalb gibt es die Möglichkeit auch, dass eine Methode, so wie hier, nicht die Exception, die geworfen wird, fängt, sondern sie weiterreicht. Das heißt, es ist nicht in einem Try-Catch-Block drin, wie wir das bisher gesehen haben, sondern wir deklarieren diese Exception-Klasse hier, die hier potenziell geworfen werden kann. Und was dann passiert, wenn Print Hour diese Exception-Klasse wirft, Witching Hour Exception, ist, dass nicht nur Print Hour sofort beendet wird, sondern es wird auch diese Methode Print Hour of Now sofort beendet und diese Witching Hour Exception muss dann eben übergeordnet irgendwo gefangen werden. So, jetzt eine kleine Variation des Ganzen. Und zwar finden Sie das in der Literatur unter dem Begriff Try with Resources eine sehr häufige Situation ist, dass, wo Fehlerbehandlungen notwendig werden, ist, dass Ressourcen aufgemacht werden durch das Programm und dass es da zu Fehlern kommt. Also typischerweise zum Beispiel auch Dateien können solche Ressourcen sein, Internetverbindungen, hier habe ich als Beispiel genommen die Verbindung zu einem Drucker. Sie werden das immer in der Java-Standard-Bibliothek oder in anderen Bibliotheken in der Form finden, so wie hier, dass es eine Klasse gibt, deren Objekte mit einer externen Ressource, mit einem Drucker, mit einer Internetport oder mit einer Datei oder was auch immer verbunden wird. Und diese Klassen werfen dann in den Zugriffsmethoden oder auch schon beim Eröffnen des Ganzen dann potenziell bestimmte Exception-Klassen. Das ist eine Situation, die wir uns später, wenn es um Dateien und um Streams und so weiter geht, noch sehr viel genauer ansehen. Da werden wir Anwendungsbeispiele sehen. Hier möchte ich diesen Fall nur mal ganz kurz erwähnt haben. Wir können das so schreiben, einen Drucker zum Beispiel hier zu öffnen. Was das jetzt genau heißt, also wie der Konstruktor aussieht, was für Parameter und so weiter, um die Verbindung zum Drucker einzurichten, das ist uns egal. Und was wir mit diesem Drucker alles so machen, ist uns auch egal. Natürlich werden wir damit drucken, ist klar. Aber was wir da genau machen, was wir Methoden dafür, der Klasse Printer, wir aufzurufen haben und wie wir die aufzurufen haben und so weiter und so fort, das ist egal. So, jetzt kann es irgendwo sein, an irgendeiner Stelle sein, dass eine Exception geworfen wird. Vielleicht hier schon bei der Einrichtung, wenn beispielsweise der Drucker, den wir ansprechen wollen, gar nicht im Netzwerk gefunden werden kann oder wenn wir etwas drucken wollen und aus irgendwelchen Gründen funktioniert dieser Druckjob nicht, dann kann eine Exception geworfen werden. Das können natürlich wieder von verschiedenen Klassen sein, das sind potenziell verschiedene Catch-Blocker. Und der entscheidende Punkt, warum Triwet Resources in die Sprache Java eingefügt worden ist, der entscheidende Punkt ist der, einer der häufigsten ärgerlichen Fehlerfälle ist, dass eine Ressource geöffnet worden ist und in einem Fehlerfall, dass man irgendwie vergessen hat, diese Ressource wieder zu schließen. Ja, man muss, dass man diese Ressource schließt mit einer Methode, die typischerweise Close heißt und keine Parameter hat und Void ist, das ist so der Standard, muss man an allen Stellen denken. Hier muss man daran denken, beim normalen Ablauf, dass man dann hinterher die Verbindung zum Drucker wieder schließt, damit andere Programme auf den Drucker zugreifen können und auch in jedem einzelnen Fehlerbehandlung muss man daran denken. Und weil das eben häufig passiert, dass man nicht an alle diese Stellen denkt, zum Beispiel, wenn Sie später nochmal eine andere Catch-Klausel einrichten, dass Sie dann vergessen, auch darin wieder das Close aufzurufen und so weiter. Deshalb hat man sich entschieden, für diesen sehr häufigen Fall, dass eine Ressource reserviert wird und dann nicht wieder freigegeben wird. Potenziell, nachdem sie verwendet worden ist, nachdem sie nicht mehr notwendig ist, hat man sich entschieden, das so zu machen. Diese Klasse Printer muss ein Interface namens Auto-Clausible implementieren und dann wird dafür gesorgt, automatisch, der Compiler setzt bei der Übersetzung Code ein, dass in jedem einzelnen, in jeder Möglichkeit, wie das Ganze hier durchlaufen werden kann, am Ende dann ein Close für den Printer dann angewendet wird und damit dieser Drucker wieder für andere Programme freigegeben wird. So, noch eine Unschönheit, wie Sie sehen hier mal wieder, dass Java eben keine Kunstsprache ist, keine Spielsprache, keine Lernsprache, sondern eine professionelle Sprache, bei der man sehr häufig pragmatische Überlegungen angestellt hat in der Weiterentwicklung der Sprache. Ja, und ein Beispiel für pragmatische Überlegungen, das Sie schon öfters gesehen haben, ein allgemeines Beispiel ist, dass wir zwar auf der einen Seite Regeln haben, auf der anderen Seite aber auch immer Ausnahmen. Und hier sehen Sie eine Ausnahme, eine sehr gefährliche Ausnahme, deshalb sehen Sie das rot unterlegt. Wir werden aber gleich sehen, warum diese Ausnahme trotz ihrer Gefährlichkeit in Java sehr sinnvoll ist. Wir haben bisher gesagt, dass eigentlich dieses ganze Konzept Exceptions wasserdicht ist. Wenn irgendwo eine Exception geworfen werden soll in einer Methode, dann muss diese Methode eine entsprechende Throws-Klausel haben und dann muss die aufrufende Methode entweder das Ganze in einem Try-Catch-Block die Fehlerbehandlung durchführen oder diese Exception eben weiterreichen noch eine Stufe höher auf dem Call-Stack. Es gibt aber eine Ausnahme, nämlich diese Klasse RuntimeException und die davon abgeleiteten Klassen, also RuntimeException und alle Subtypen von RuntimeException. Wenn die geworfen werden, müssen sie nicht in der Throws-Klausel deklariert werden und sie müssen auch nicht gefangen oder weitergereicht werden. Hier sind ein paar Beispiele dafür für Exception-Klassen, die von Klasse RuntimeException abgeleitet sind. Hier sehen Sie schon die Index-Out-Of-BoundException, die wir eben gesehen haben. ArithmeticException tritt auf eben bei arithmetischen Fehlerfällen, zum Beispiel bei Int durch Nullteilen. ClassCastException tritt auf, wenn Sie einen Downcast machen zu einem falschen Typ. Negative ArraySizeException, wenn Sie eben bei Einrichtung eines Arrays eine negative Zahl als Arraygröße eingeben. NullpointException, wenn Sie auf ein Attribut oder auf eine Methode zugreifen und es ist kein Objekt dahinter, sondern der symbolische Name Null. Sie sehen hier ein Beispiel, dass man immer sprechenden Namen verwenden sollte. Der sprechende Name ist sozusagen der Kommentar, der bei jeder Verwendung dieses Identifiers immer automatisch dabei ist, weil es eben der Identifier ist. Warum machen wir das? Warum eine solche Sicherheitslücke? Machen Sie sich klar, diese Sicherheitslücke ist der einzige Grund dafür, dass überhaupt Ihr Programm zur Laufzeit abgebrochen werden kann. Zur Laufzeit wird ein Programm abgebrochen, wenn eine Exception geworfen, aber nicht gefangen wird. Und das kann eben nur passieren mit einer Exception, die eine Runtime-Exception ist, also von Klasse Runtime oder abgeleitet von Klasse Runtime. Warum hat man diese riesige Sicherheitslücke eingebaut? Antwort, wenn wir bei diesen Allerwelts-Fällen immer ein Tri-Catch-Block drumherum schreiben müssten. Wenn wir bei jeder arithmetischen Operation mit Division ein Tri-Catch-Block drumherum schreiben müssten, für den Fall, dass dadurch 0 dividiert wird, oder bei jeder Einrichtung eines Arrays ein Tri-Catch-Block drumherum schreiben müssten, auch bei jedem Zugriff auf ein Array mit einer Exception-Klasse namens ArrayIndex Out-of-BoundException, die ebenfalls von Runtime-Exception abgeleitet ist, dann würde man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Dann würde das ganze Programm nur noch aus Tri-Catch-Blocken bestehen und aus sonst nichts. Man würde das Programm überhaupt nicht mehr verstehen. Um Programme noch einigermaßen verständlich zu halten, hat man sich entschieden für solche Allerweltsfälle diese Sicherheitslücke einzubauen mit Bauchschmerzen, natürlich mit großen Bauchschmerzen, aber hier eine pragmatische Entscheidung gegen die Sicherheit, obwohl Java eigentlich sehr stark entwickelt wird in Richtung möglichst große Sicherheit zu bieten. Zum Beispiel im Vergleich zu C++ ist das in Java sehr viel mehr Wert auf Sicherheit gelegt worden. So, das ist noch nicht das Ende der Geschichte mit Klasse Exception. Es gibt neben Klasse Exception noch diese beiden anderen Klassen und Sie sehen die Hierarchie. Throwable, das Ganze, was wir jetzt eben gesehen haben mit Werfen und Fangen und Weiterreichen, mit Tri-Catch und mit Throw und Throws ist eigentlich nicht eine Eigenart von Klasse Exception, sondern eine Eigenart von Klasse Throwable und diese Klasse Throwable hat zwei wesentliche Subtypen, nämlich Exception und Error. Wir behandeln hier nur eigentlich Exception und ganz allgemein in Einführung in Java wird vor allem Klasse Exception behandelt, nicht Klasse Error, weil Error vorbehalten ist für Fehlerarten, die man normalerweise als ganz gewöhnlicher Feldwald- und Wiesenprogrammierer nicht selber behandeln sollte, sondern da, wo es wirklich um schwerwiegende Fehler geht, wo man eigentlich normalerweise keine sinnvolle Fehlerbehandlung mehr als ganz normaler Softwareentwickler dann bauen kann. Es gibt aber noch eine kleine Ausnahme, es gibt eine Klasse, die von Error abgeleitet ist, die sehr nützlich ist, die trägt den Namen Assertion Error, Assertion hier im Sinne von Zusicherung, also eine Vorbedingung, die zugesichert ist und was das heißt und was man damit Nettes machen kann, sehen wir uns in diesem Beispiel an. Das obere ist ganz normal, das ist genau das, was wir bisher gesehen haben, nämlich, dass wir hier in irgendeinem Fehlerfall irgendwas, oder was heißt Fehlerfall, das ist jetzt natürlich ein akademisches Beispiel, diese, dass wenn N kleiner Null ist und N nicht gerade ist, dass das dann eben ein schlechtes N sein soll, ja es ist einfach ein künstliches Beispiel, aber das Entscheidende sehen Sie unten, Sie können sich dafür entscheiden, das so wie unten zu schreiben, sehr viel kürzer, sehr viel klarer, nicht, dass Sie einfach sagen, hier soll sichere zu, ja Assert ist als Imperativ zu verstehen, sichere zu, dass N größer gleich Null ist und N gerade ist und ansonsten soll eben ein Assertion Error Bet N geworfen werden und beachten Sie, dass die, dass die Logik sich umkehrt, diese Bedingung hier, die Sie hier hinschreiben müssen, die zuge, also der positive Fall, der Fall, der eben kein Fehlerfall ist, hier der Fehlerfall, das eine muss die logische Negation des anderen sein. und hier sehen Sie ein konkretes Anwendungsbeispiel, dass Sie eine Methode Fakultät beispielsweise haben, Sie wissen, dass die Fakultät zumindest in der, in der Schulmathematik und auch in der, weitgehend in der Hochschulmathematik nur definiert ist für nicht negative ganze Zahlen und das sichern wir hier eben, eben zu, wenn N, der aktuelle Parameterwert, nicht größer gleich Null ist, dann wird hier, gibt es hier eben einen Programmabbruch. Das ist sehr, sehr hilfreich für Fehlersuche. Sie können diese Asserts überall einfügen und wenn Sie Fehler suchen, können Sie damit Ihren Fehler verfolgen. Ja, zum Beispiel an dieser Stelle feststellen, ups, N ist, aha, das ist der Fehler schon mal, an dieser Stelle ist ein Fehler schon mal aufgetreten, dass N gar nicht größer gleich Null ist. Aha, da muss ich an die Stelle zurückschauen, wo die Fakultätsfunktion aufgerufen wurde, was da passiert ist, warum N nicht größer gleich Null ist, aber jedenfalls tritt der Fehler kontrolliert hier oben auf und nicht erst hier unten, beziehungsweise hier unten muss der Fehler gar nicht auftreten. Das kann ja durchaus sein, dass bei fehlerhafter Eingabe, bei einem fehlerhaften Wert von N gar nicht irgendwie ein Programmabbruch passiert, sondern dass einfach nur falsche Werte herauskommen, dann müssen Sie noch viel weiter nach hinten, erst viel weiter hinten erkennen Sie dann, dass da falsche Werte rausgekommen sind und müssen mühsam wieder zurücksuchen, wo diese falschen Werte eigentlich entstanden sind. Das lässt sich damit abkürzen und es gibt die Möglichkeit beim Kompilieren die Assert-Anweisungen ein- oder auszuschalten. Bei der Fehlersuche werden Sie die auf jeden Fall einschalten wollen und wenn Sie das Programm dann ausliefern zur Verwendung, können Sie sich überlegen, ob Sie die weiter eingeschaltet dann lassen oder ob Sie die zum Beispiel aus Laufzeitgründen ausschalten wollen. Untertitelung des ZDF,